Der Sommer steht so gut wie vor der Haustür, aber wie steht es um die Figur? Wir zeigen Ihnen in den nächsten vier Wochen, wie Sie fit und vor allem gesund in die kommende Badesaison starten können. Mit einem vielseitigen Angebot im Rücken- und Figurzentrum in Joy-Meet-Süd. Los geht's mit Sling-Train! Und das sind unsere Profis Elke und Maya. In unserem ersten Fitness-Spezial sagen wir den typischen Problemzonen Bauchbeine und Po den Kampf an. Wir starten gleich mit der ersten knackigen Übung für den Po, das heißt Maya Gesäß heben, mit Druck in den Schlaufen ziehst du die Ferse zum Gesäß. Wir trainieren hier Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur und den unteren Anteil des Rückenstreckers. Und Elke, als ausgebildete Reha-Trainerin kannst du uns auch bestimmt jetzt erklären, was es genau mit diesem Schlingentraining jetzt auf sich hat. Ja, ursprünglich kommt das Schlingentraining aus der Physiotherapie. Wir arbeiten hier über Instabilitäten und das macht das Ganze so effektiv, weil der Körper in ganzen Muskelschlingen arbeiten muss und somit werden wir fit für den Alltag. Also Stabilisation und Koordination für den ganzen Körper. Ja, genau richtig und das macht das Ganze so effektiv, vor allem für den Alltag, aber natürlich auch für den Sport. Und jeder wünscht sich natürlich einen straffen und flachen Bauch. Welche Übung gibt es denn hier? Welche kannst du empfehlen? Können wir gleich eine Übung zeigen, da lassen wir der Maya aber auch eine Pause und ich würde vorschlagen, wir machen das mit dir. Machen wir das mit mir. Okay. So, gut Elke, ich hänge. Jawohl. Wie schaut die Übung jetzt genau aus? So, du ziehst einfach die Knie in Richtung Brust, abwinkeln, jawohl. Okay. Sehr gut. Gut. Super Übung. Kathi, du machst es gut. Tolle Bauchmuskulatur, Stabilität hast du auch sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt die Übung für die schlanken Beine. Ihr probiert das obere Bein auf und ab zu heben, da haben wir die Außenseite, Oberschenkel, auch unten müsst ihr total Außenseite, Oberschenkel anspannen und trainieren. Gesäß haben wir auch wieder mit dabei, die Maya hat leider mit dem Knie Probleme, deswegen kriegt sie die schonende Variante und die Kathi haben wir ja schon gesehen, die ist trainiert, die kriegt die Hardcore-Variante. Toll, danke schön Elke. Bitte gerne. Und ganz neu bei uns hier im Injoy Grad Süd ist ja, dass wir täglich am Vormittag und Nachmittag immer betreute Gruppentrainings haben, nicht nur Schlingentraining, sondern auch Bauchmuskeltraining, Kinesiszirkel und vieles mehr und natürlich immer unter Anleitung eines Trainers. Ja toll, das werde ich gleich in Anspruch nehmen. Ich würde sagen Maya, wir beenden das. Ich danke vielmals für das Coaching und ich würde sagen, der Sommer kann kommen.